Also für mich ist das hier eigentlich das optimale Trainingsgerät, der sogenannte Pull Kick, weil den klemmt man sich zwischen die Beine und dadurch ist die Lage im Wasser oder ist die Hüfte sehr viel höher und dadurch entspannt der Rücken oder dadurch wird der Rücken sehr entlastet. Und das ist bei mir jetzt, wenn man ein bisschen Rückenprobleme hat, natürlich das optimale Trainingsgerät, weil man sich voll auf die Arme und auf die Beine konzentrieren kann. Und deswegen für alte Menschen wie mir ist das perfekt.